Hey, schön, dass du dir die Zeit nimmst, um kurz innezuhalten und abzuschalten, um ganz einfach deinen kurzen Entspannungsmoment zu genießen. Schließ deine Augen, konzentrier dich jetzt in dem Moment ganz auf deine Atmung. Atme langsam in deinem Tempo, so wie es angenehm für dich ist und komme immer mehr und mehr zur Ruhe. Stell dir nun vor, du liegst auf einer Liege am Strand und blickst zum weiß-blauen Horizont mit den schimmernden Sonnenstrahlen auf dem Wasser spiegelnd und du beobachtest das türkisfarbene Meer und die Wellen, wie sie sich im sanften Rhythmus hin und her bewegen. So wie die Wellen bewegt sich auch dein Atem. Die Sonne scheint sanft und du fühlst eine angenehme Wärme auf deiner Haut. Vielleicht fühlst du auch einen kleinen Tropenwind, der ganz sanft über deinen Körper streicht. Genießt den Augenblick. Lass los. Nichts ist mehr wichtig. Dein Körper und Geist entspannen immer mehr und mehr. Und alle Unruhe des Alltags zieht vorbei, streift von deinem Körper ab. Sei dankbar für diesen Moment. Dein Moment der Entspannung. Fühle, wie die Sonne deinen Körper mit neuer Energie füllt und angenehme, warme Entspannung dich umhüllt. Spüre, wie deine Muskeln sich entspannen und wie ruhig und gleichmäßig dein Atem ist. Und du singst immer tiefer und tiefer. Und dann nimm noch einmal einen tiefen Atemzug. Atme kräftig tief ein und aus. Nimm das Gefühl von Frieden und Ruhe in dir auf und nimm dir vor, dieses Gefühl jeden Tag in dir zu kultivieren. Und dann öffne langsam deine Augen und sei dankbar für diesen Moment, den du am Meer erleben durftest. Komm im Hier und Jetzt wieder an. Mit Ruhe und Gelassenheit kannst du weiter entspannt deinen Tag meistern. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!